Salut, heute beschäftigen wir uns mit weiteren Redewendungen. Marie redet heute mit ihrem Mann Jean über die Arbeit. Uff, Jean, je suis claqué. Uff, Jean, ich bin fix und fertig. Mon chef me surmonte souvent, mais aujourd'hui, il a vraiment trop tiré sur la corde. Mein Chef hält mir oft eine Strafpredigt, aber heute hat er den Bogen wirklich überspannt. Mais Marie, il est important que tu aies un emploi rémunéré. On ne peut pas vivre au jour le jour. Aber Marie, es ist wichtig, dass... Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com